Manche Keksanfragen sind komisch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Person sich bei dem Motiv gedacht hat. Oder bin ich die Einzige, die es komisch findet? Eine Freundin von mir ist schwanger und möchte das ihrer Familie sagen. Alles schön und gut. Sie hat deswegen gefragt, ob ich ihr 20 Schwangerschaftstest-Kekse dekorieren kann. Ich bin ehrlich mit euch. Ich habe ihr auch gesagt so, ey, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie komisch. Aber gut, das ist ihr Wunsch, deswegen mache ich es auch. Ich habe mir aber noch was Zusätzliches überlegt, was ich einfach finde. Sie hat nicht danach gefragt, Leute, aber ich finde es einfach besser so. Wenn ihr das zweite Motiv nicht gefällt, dann kannst du sie auch einfach weglassen. Die Kekse werden alle per Post verschickt, deswegen durften oder sollten es auch nur ein oder zwei Motive werden. Dieser Part hier war übrigens richtig tricky, denn es ist gar nicht so einfach, einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Linien nur mit Augenmaß hinzubekommen. Ich habe dann noch die letzten Details beim Schwangerschaftstest hinzugefügt und das war dann das Endergebnis. Ich habe noch einen kleinen Kalender mit dem Geburtsmonat hinzugefügt, damit die Leute nicht einfach so random einen Schwangerschaftstest-Keksebriefkasten haben. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Motiv sagt. Ich bin sehr gespannt, was ihr habt.